Okay, das Resümee von heutigen Tag, also er ist noch nicht ganz fertig zu diesem Zeitpunkt, aber wir sind zufrieden, der Zuschauerparkplatz ist voll, also Gott sei Dank ist er sehr ausgegangen, wir hätten sonst ausreichend Parkplätze gehabt. Trotz des nicht ganz super Wetters hat das Riss zwischen Wurz und Wurz, glaube ich, hat auch sehr viele Zuschauer gebracht und so viele Aktive, wie wir jetzt im Moment haben, hat es die letzten 40 Jahre Rallycross noch nicht gegeben, also es sind 73 Österreicher heute genannt, leider nicht alle ins Ziel kommen, aber der Rallycross-Sport in Österreich lebt und das freut mich sehr. Die Zukunft für das Rallycross, also ich hätte nie geglaubt, dass wir so einen Boom haben, wie wir ihn jetzt haben, es ist ja die Nachwuchsklasse, die stärkste, was wir haben, relativ günstig und einfach zum Anfang. Es gibt aber auch immer wieder auf- und umsteigende größeren Klassen, also ich sehe es im Moment sicher, Max Bucher auch sei Dank, World Rallycross Team Austria ist sicher Zugpferd, haben wir dadurch einen Weg ins Fernsehen sehr viel geschafft, also wir sind am Aufwärtstrend, ich kann es ja nur sagen, Rallycross lebt in Österreich und jeder, der einmal da war, den wir einmal hierher gebracht haben, ist begeistert und kommt immer wieder. Eine Unterstützung können wir immer brauchen, das fängt an, dass wir bei der Veranstaltung hier im Höck, also wir haben eh sehr viele freiwillige Hörfer, was eine Veranstaltung braucht, normal haben wir bis zu 80 Hörfer, die was vorher, nachher, während dabei sind, da können wir immer wieder Unterstützung brauchen, ob Streckenposten oder in der Organisation, also wenn irgendwer gerne mal da so etwas mitveranstaltungen, miterleben will, kann sie gerne rühren bei uns und auch als Mechaniker oder sonst wie anfangen kann, einfach rühren, sich einmal das anschauen, es ist für mich der geilste Sport, das es gibt. So, ja, mein Name ist Freienberger Hans-Peter, verfolgen Sie Rallycross und den österreichischen Motorsport auf VRESTV, Ziel ist es, bereit zu sein. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020